Du bist zu Hause und plötzlich geht gar nichts mehr? Kein Netzwerk, kein Surfen? Kein Problem, ich zeige dir, was du tun kannst. Wenn plötzlich das Netzwerk ist und gar nichts mehr geht, dann kann das viele Gründe haben. Aber bevor du jetzt panisch die Hotline anrufst oder unsere Facebook-Seite mit wahren Liebesbriefen überhäuft wird, können wir doch erstmal schauen, ob wir das schnell selber wieder hinkriegen. Gehe einfach folgende Punkte durch. Schau erstmal, ob alle Kabel richtig gesteckt sind. Und zwar vom Telefonanschluss bis zum Router. Wenn die LED PowerDSL durchgehend leuchtet, die WLAN-LED aber nicht, dann ist das WLAN ausgeschaltet. Drück einfach den WLAN-Knopf. Wenn die LED jetzt wieder leuchtet und das WLAN wieder da ist, dann musst du die Hotline auch nicht mehr anrufen. Starte deine Fritzbox neu, indem du sie für mindestens 10 Sekunden vom Stromnetz nimmst. Wenn dann alle Kabel wieder richtig stecken und die PowerDSL-LED immer noch langsam an- und ausgeht, dann stimmt irgendwas nicht. Ruf am besten die Kollegen von der Hotline an. Wenn keine der LEDs an deiner Fritzbox blinken und alles aus ist und auch die Steckdose, an der sie hängt, sicher funktioniert, dann könnte es sein, dass deine Fritzbox an Altersschwäche gestorben ist. Ruf einfach die Service Hotline an. Die helfen dir weiter. So, dann kann der Surf-Spaß ja weitergehen. Im nächsten Video zeige ich dir, wann es wieder Zeit für einen neuen Router wird. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib sie unten in die Kommentare. Hinterlass auch gerne einen Daumen nach oben und abonnier diesen Kanal, dann sehen wir uns. Bis bald! Musik 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 MDR